Hallo liebe DeFi-DGens und Yieldfarmachats. In diesem Video zeige ich euch ganz genau, wie ihr es schafft beim Integralprotokoll zu investieren, das jetzt ganz neu auf der Ethereum Blockchain gestartet ist und die Einzelheiten, was das Integralprotokoll ist, was es erreichen will, wo es herkommt, das habe ich besprochen in meinem Livestream am 4.4. die Folge 8 der CryptoTrainStation, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Hier geht es jetzt einfach nur darum, wie mache ich das und weniger darum, was ist das Integralprotokoll. Und als erstes möchte ich mal kurz auf die Tokenomics eingehen, weil es ja wichtig ist, bevor man investiert, dass man sich wenigstens ein bisschen schlau macht und dazu zeige ich euch jetzt erstmal einen Artikel auf der Webseite des Integralprotokolls. Also das heißt, wir sind hier bei Integral. Integral findet ihr unter https-integral.link. Man sieht hier, dass der Swap, also die Exchange-Funktionalität vom Integralprotokoll noch gar nicht läuft. Swap is currently disabled until Integral has enough liquidity. Das bedeutet, zurzeit sind wir in der allerersten ganz frühen Phase dieses Projektes, in dem es darum geht, erstmal genug Liquidität einzusammeln, um dann später den Exchange zu starten. Und an dieser Stelle kann man schon mitmachen, um den Integral-Token, der von diesem Protokoll ausgegeben wird, zu bekommen, indem man eben hier Liquidität bereitstellt. Schauen wir uns mal kurz die Tokenomics an. Was kann man hier erwarten? Und zwar gibt es hier auf der Seite von Integral unten einen Bereich, in dem die Informationen zu finden sind. Unter anderem eben auch den Punkt Token, Mission, Product, Token, die Mission. Darüber erzähle ich in meiner Crypto-Train-Station noch was. Und das Product, da kann man sich sehr detailliert schlau machen, was, wie dieses ganze Projekt hier funktioniert. Unter Token finden wir die Tokenomics. Und hier sehen wir, dass es insgesamt anfangs nur 30.000 Integral-Tokens geben wird. Diese Integral-Tokens werden verteilt, und zwar zu folgenden Anteilen. 40% gehen durch Token-Incentives an die User des Protokolls, und zwar über ein Vesting. Vesting bedeutet, dass die Tokens nicht sofort verfügbar sind, sondern dass man, wenn man hier mitmacht, die Tokens zwar gutgeschrieben bekommt, aber diese nicht abholen kann, sondern dass sie für eine gewisse Zeit festliegen in diesem Protokoll und erst nach und nach freigegeben werden. 40% von diesen 30.000 Tokens gehen also an die User über die Token-Incentive-Programs. 25% gehen an die Gründer und mögliche Angestellte über eine 3-Jahre-Vesting-Period. 23% werden in einem öffentlichen Token-Sale verkauft. Und 7% gehen an Berater und Leute, mit denen das Projekt zusammenarbeitet, auch über ein 3-Jahre-Vesting. Das bedeutet, diese Berater und Partner bekommen die Tokens nicht sofort gutgeschrieben, die 7%, sondern diese Tokens werden auch nach und nach über 3 Jahre freigegeben, sodass also ausgeschlossen ist, dass die Insider in diesem Projekt eine Möglichkeit haben, ihre Tokens auf die User zu dumpen. Und 5% von diesen Tokens werden verwendet, um quasi ein Liquiditätspool auf einem Exchange wie zum Beispiel Uniswap oder SushiSwap bereitzustellen, damit der Token gehandelt werden kann. Wie wird die Token-Verteilung genau ablaufen? Das sehen wir ein bisschen weiter unten unter Distribution. Es wird drei Phasen geben. Die erste Phase ist die Farming-Phase, die zweite Phase ist der Sale und die letzte Phase ist Listing & Staking. Wir sind im Moment in der Phase 1, in der Farming-Phase. Das bedeutet, man kann hier bei Integral seine Tokens in Liquiditätspools einzahlen und bekommt dafür dann Integral Tokens über einen Zeitraum von mehreren Wochen. Und wenn man diese Integral Tokens bekommt, dann werden die einem nur gutgeschrieben. Das heißt, die werden gewestet über 6 Monate. Das bedeutet, man kommt 6 Monate lang nicht an die Integral Tokens ran bzw. nur schrittweise, denn die werden linear freigegeben. Das findet man hier oben. All Vesting Timelines are linear. Start from Token Listing. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, denn wenn ich jetzt hier heute meine Liquidität einzahle, dann fängt die Vesting-Periode nicht heute an, sondern die fängt erst an ab Phase 3, nämlich wenn das Listing stattfindet. Es ist also so, dass meine Einlage hier, die ich jederzeit entnehmen kann, dann also für mich arbeitet, solange die Einlage da drin ist. Aber die Rewards, die bekomme ich erst, wenn diese Vesting-Periode vorbei ist bzw. während der Vesting-Periode nur Schritt für Schritt. Das ist einerseits gut und andererseits schlecht. Schlecht natürlich, weil ich kann meine Rewards nicht sofort einsetzen. Gut natürlich, weil jemand eine große Menge von Integral Tokens sich jetzt quasi unter Nagel reißt und dann auf die anderen User dumpt und den Preis damit runterdrückt. Das ist hier quasi so gut wie ausgeschlossen oder es wird zumindest versucht, das auszuschließen. In der Farming-Periode werden also 40% der Tokens verteilt. 40% to Users through Token Incentive Programs with Vesting. Ich gehe davon aus, dass das diese 40% mit der Farming-Periode gemeint sind. Ganz genau geht das hier daraus nicht hervor. Deshalb auch nochmal, do your own research. Schaut euch das selber nochmal an, bevor ihr investiert. Verlasst euch nicht auf die Informationen, die ich euch gebe, denn ich kann mich auch vertun. Und vieles ist hier auch Interpretationssache. Man könnte auch in den Discord-Channel von diesem Projekt gehen. Den Discord-Channel findet man auf der Startseite und da einfach die Gründer fragen. Ich habe festgestellt, dass der Discord-Channel sehr aktiv ist. Man bekommt sehr gute Antworten und auch sehr schnell Antworten. Wenn also von den 30.000 Integral Tokens 40% verteilt werden über das Farming in den nächsten Wochen, dann rechnen wir doch mal schnell aus, wie viele Tokens werden denn jetzt verteilt, weil es gibt einen Rechenweg, den man natürlich mit etwas vor sich genießen muss, wo man jetzt eventuell auf eine mögliche Preiserwartung kommen kann. Und zwar über den TVL, also Total Value Locked. Den aktuellen Wert für das TVL, also Total Value Locked, finden wir auf der Webseite von Integral, also auf der Startseite. Hier links oben steht Total Value Locked und wir haben hier 744 Millionen. Es ist davon auszugehen, dass dieser Wert noch weiter steigt. Aber nehmen wir jetzt mal für die Rechnung einfach an, dass wir bei diesem Wert sind und dann schauen wir als nächstes. Also das heißt, wir haben einen Wert, mit dem wir anfangen können zu rechnen. Das ist dieser. Wir brauchen jetzt einen Ausgangspunkt, von dem wir sicher rechnen können. Und dann schauen wir eben auf Rangeco nach, wie die TVL bei einem vergleichbaren Projekt ist, zum Beispiel Uniswap. Uniswap wäre ja jetzt aus deren eigener Sicht der Hauptmitbewerber. Wir reden hier eigentlich über Uniswap V3, das noch gar nicht draußen ist. Wir sind also jetzt hier in einem Bereich der totalen Spekulation. Es geht einfach nur mal darum, ein Gefühl zu bekommen, was wir hier zu erwarten haben, an Preis für einen Integral Token, in welchen ungefähren Größenordnungen wir sind. Es geht hier nicht darum, eine ganz, ganz präzise Vorhersage zu machen. Das heißt also auch hier, do your own research, macht euch selber schlau, macht selber eure eigenen Prognosen, verlasst euch nicht auf mich. Ich mache das einfach jetzt nur mal so, um euch an meine, an meinen Gedanken teilhaben zu lassen, damit ihr irgendwo ein Gefühl dafür kriegt, wie ich ticke, wie ich sowas ausrechne, wie ich sowas angehe, um euch quasi zu inspirieren, eine eigene Methode zu finden, die euch mehr entspricht. So, wir sind also jetzt hier bei Uniswap und wir haben hier einen Wert, der uns zur Market Cap führen kann, nämlich wir haben hier ein Verhältnis Market Cap zu TVL. Das heißt, wir haben einen TVL und den haben wir. Das ist 750 Millionen. Und wenn wir jetzt also eine ähnliche, ein ähnliches Verhältnis zwischen Market Cap und TVL bei Integral ansetzen, wie bei Uniswap, was ja eventuell das Ziel von Integral sein müsste, wenn es ein Mitbewerber, ein direkter Mitbewerber von Uniswap sein möchte. Wir haben also hier diese Ratio und das bedeutet, wir kommen jetzt von unserem TVL zum Market Cap, indem wir diesen Wert ansetzen. Hier in diesem Fall bei Uniswap ist die Market Cap ungefähr dreimal so hoch wie das TVL, also was hier eingelegt ist. Man sieht hier ungefähr 5,5 Millionen und hier 16,5 Millionen, wenn man das durchdividiert, dann kommt man auf 2,96 ungefähr. Und genau das müssen wir jetzt also auch machen. Wir haben ein TVL von 750 Millionen bei Integral. Ich runde einfach auf, weil die Zahl spielt jetzt keine Rolle. Die wird eh noch steigen, wird schwanken. Insofern nimmt das jetzt alles nicht so ganz genau, habe ich jetzt gerade schon mal gesagt. Also wir haben jetzt 750 Millionen. So, und das müssen wir mal drei rechnen. Und dann sind wir bei einem, bei einer möglichen Market Cap von 2,25 Milliarden. Das wäre ja dann immer noch im Vergleich zu Uniswap wenig, weil Uniswap hat ja 16 Milliarden. Also das wäre also ein Achtel. Das ist ja schon mal im Prinzip schon ganz gut, wenn man sich überlegt, dass also quasi Integral oder Integral hier der Underdog ist. Und das Ganze, weil es jetzt 30.000 Tokens geben wird, teile ich jetzt durch 30.000. Und dann komme ich auf einen möglichen Tokenpreis von Integral von 75.000 Dollar. Wie gesagt, das ist reine Spekulation. Also nur, es ist damit schon mal relativ, finde ich, schlüssig begründet, warum wir hier nicht über einen Tokenpreis von einem Dollar reden oder von drei Dollar. Weil das kann eigentlich nicht sein, wenn 30.000 Tokens auf dem Markt sind und in dem Protokoll 700 Millionen Dollar gebunden sind. Wenn hier nur 70 Dollar gebunden wären, dann wäre natürlich dieser Wert sehr viel niedriger. Aber da wir ja jetzt hier schon am Anfang, in der Anfangsphase, in der Farming-Phase dieses Protokolls eine, also insgesamt 750 Millionen eingesammelt haben, ist es so, dass das eine durchaus realistische Zahl ist. Es wird insgesamt nur 30.000 Tokens geben. Das ist so ungefähr so eine ähnliche Sache wie hier bei Wifi. Also das ist das, was hier glaube ich auch ein bisschen so psychologisch suggeriert werden soll, dass wir also im Prinzip eine sehr geringe Zahl an Tokens haben. Wifi hat ja auch maximaler Vorrat 36.666 und jetzt wäre jetzt also bei Integral ja ungefähr ähnlich. 30.000 statt 36.000 und man sieht, dass also hier durchaus nicht einstellige oder zweistellige Token Preise im Spiel sind, sondern eben eher fünfstellige. Und das ist auch so der Bereich, in dem ich persönlich den Integral Token sehe. Nämlich so ab 30.000 bis 75.000, eventuell sogar noch höher. Denn der Use Case von Integral, wenn der wirklich funktioniert, dann wird der sehr viel mehr Zugkraft entwickeln als jetzt ein Yern, weil es geht jetzt wirklich um Swaps, Exchange. Das ist ja ein ganz alltäglicher Vorgang, während die Investitionen bei Yern, das ist eher auch ein Spezialfall. Also macht euch selber schlau und schätzt das bitte selber ein, bevor ihr investiert. Jetzt, wie kommen wir in diese ganze Sache rein? Es ist relativ simpel. Integral läuft auf Ethereum. Das bedeutet, wir müssen natürlich unser Metamask Wallet umstellen auf Ethereum Mainnet. Wir müssen Ether haben. Und ich kann das jetzt hier nicht sehr gut demonstrieren, weil das sehr, sehr teuer ist, hier reinzugehen. Und ich möchte jetzt für dieses Video nicht um die 500 Euro oder 500 Dollar Transaktionsgebühr ausgeben. Deshalb zeige ich das nur in der Theorie. Aber da der Weg relativ simpel ist, wird das auch ausreichen, das in der Theorie zu zeigen. Wir brauchen dafür, wir müssen hier in diese Liquiditätspools einzahlen. Und zwar gibt es vier verschiedene Pools zur Zeit. Das sollen noch mehr werden. Und die haben als einen Teil immer Ether. Wir brauchen also Ether. Und dann müssen wir uns aussuchen, welches von diesen vier Assets hier uns am besten passt. Wrapped Bitcoin, USDC, USDT und DAI. Und jetzt ist schon mal klar, hier gibt es drei Stablecoins mit unterschiedlichen Risikogewichtungen. Da muss man also selber überlegen, welchen Stablecoin man präferiert. Oder man geht eben den Weg über den Wrapped Bitcoin. dann hat man Ethereum gegen Wrapped Bitcoin. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wir brauchen hier in der Anfangsphase gleiche, wie bei anderen Liquiditätspools auch, gleiche Werte für Ethereum und USDC. Das heißt also, ich muss, wenn ich hier 20.000 Dollar einlegen möchte, brauche ich 10.000 Dollar in Ethereum Gegenwert und USDC eben auch 10.000. Ich muss also den gleichen Dollarwert für beide Assets einlegen. Und warum habe ich jetzt schon direkt irgendwie 10.000, 20.000 gesagt? Weil es ist meiner Einschätzung nach völlig unmöglich, hier vernünftig Geld zu verdienen, wenn man mit kleinen Beträgen ich sag mal unter 2.000 Dollar reingeht. Tendenziell sogar eher ab 5.000 Dollar. Und das liegt an folgendem Problem oder an folgendem Feature, wie auch immer man es sieht. Und zwar alles, was hier auf diesem Exchange läuft, auf Integral.link läuft, hat eine eingebaute 5-Minuten-Verzögerung. Das ist ein Feature dieses Protokolls, das sehr clever ist, weil es nämlich darum geht, im Permanent Loss auszuschließen und im Permanent Loss wird hier ausgeschlossen durch eine 5-Minuten-Verzögerung. Das ist die Idee. Warum das so ist, wie das funktioniert, wie gesagt, in Folge 8 meiner Livestreams. Schaut euch das da an, wenn euch das interessiert. Jeder Swap, der hier passiert, hat eine 5-Minuten-Verzögerung und das ist wichtig, um zum Beispiel Arbitrageure auszuschließen, die einem Assets, die man in den Pool reingelegt hat, wegnehmen wollen. Und das ist eine Sichtweise von Impermanent Loss, die ganz interessant ist, die auch sehr ausführlich beschrieben ist, hier auf der Webseite. Und die Voraussetzung, dass sowas funktioniert hier, wie dieses Integral-Protokoll, ist, dass diese 5-Minuten-Verzögerung da ist. Und das bedeutet aber, wenn ich hier in den Pool einzahle, dann sind meine Assets, die ich einzahle, nach der Transaktion erstmal 5 Minuten lang weggeschlossen in einem Smart Contract und werden erst nach 5 Minuten wieder freigegeben. Und das bedeutet, dass die Einzahlung hier doppelte Gaskosten kostet, denn ich muss einmal die Transaktion bezahlen, um quasi meine Tokens einzuzahlen, die dann 5 Minuten da in diesem Protokoll festhängen, bis sie dann freigegeben werden. Und nach dem Freigeben, nach der Freigabe, passiert erst die eigentliche Einlage und dann fallen eben nochmal Gasgebühren an. Und diese Gasgebühren, die werden von den Ether abgezogen, die man hier bereitstellt. Bedeutet also, man zahlt zwar augenscheinlich, wenn man hier eine Transaktion macht, irgendeinen Betrag an Gas, dann sind die Ether in diesem Timelog Contract und wenn die dann freigegeben werden, nach 5 Minuten, dann fällt nochmal Gas an. Das kann aber nicht aus unserem Wallet kommen, weil diese Transaktion auch nicht von uns initiiert wird, sondern das wird dann quasi das Gas wird aus einem anderen Wallet, nämlich von einem Bot, bezahlt. Der holt sich das aber wieder aus der Ether Einlage. Bedeutet also, wenn ich hier etwas einlege, dann kommen sehr viel weniger Ether in dem Pool nachher an, als ich eingezahlt habe. Sehr viel bedeutet, hängt natürlich vom Gesamtbetrag ab, denn die Gaskosten sind fix. Das heißt also, wenn ich hier jetzt eine Million einlegen würde, dann zahle ich dasselbe, wie wenn ich 1000 Dollar einlegen würde an Gasgebühren. Aber natürlich schlagen die Gasgebühren dann sehr viel höher zu Buche, wenn ich einen kleinen Betrag eingebe. Und als ich das für meine eigene Investition gemacht habe, war diese Summe ungefähr, also was ich an Gas insgesamt bezahlt habe, lag so bei 500 Dollar. Und da waren die Gasgebühren relativ hoch. Also ich war bei Gasgebühr, Gaspreis von ungefähr ich sag mal 200. Und also es waren 190 irgendwas, also knapp 200. und dann kostet also ein Schluck, also diese ganze Transaktion mit 500 Dollar Gebühren zu Buche. Das ist sehr hoch. Wie gesagt, ich rechne damit, dass der Integral Token sehr sehr hoch platzieren wird, sehr hoch notieren wird, wenn er irgendwie rauskommt. Das bedeutet, wenn ich hier auch nur einen halben Integral Token oder so bekomme, hat sich das schon gelohnt. Das ist aber schwierig, weil hier schon sehr viel Geld eingelegt wurde. Und das bedeutet, ihr müsst hier mit einem relativ hohen Betrag rein, damit sich das Ganze lohnt. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ich würde unter 5000 Euro nicht mehr hier investieren, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier Gewinn mache, sehr sehr gering. Ab 5000 habe ich das Gefühl, also ab 5000 Dollar ist mein Gefühl, geht es noch. Das wird sich natürlich auch die nächsten Wochen ändern. Es kann in die eine als sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Ihr müsst das selber nochmal anschauen. Auch der Discord Kanal gibt da ganz viele Infos. Man kann da immer wieder fragen, wie ist das? Wenn ich hier einzahle, wie viel gehen an Gebühren weg? Geht da rein, fragt nach. Die helfen euch. Also wie läuft das Ganze? Ich suche hier aus, sagen wir mal Ether und DAI. Dann trage ich hier die Werte ein. 10 Ether sind zurzeit 16.000 DAI. Also das sind 5 Ether. Dann habe ich 8.000 DAI. Das ist jetzt am heutigen Tag, am 3. April. Und dann klicke ich hier auf DAI, Approve DAI. Also das ist hier ein Knopf, dass ich also ganz normal, wie sonst auch immer, meine DAI freigebe. Und danach muss ich dann noch die Liquidität hinzufügen. Das sind also schon mal zwei Transaktionen. Und danach sollte eure Anlage Einlage hier auftauchen. Das heißt also, neben Deposit gibt es eben MyPools. Und hier sollte das auftauchen. Aber erst nach 5 Minuten. Das heißt, ich persönlich bin ziemlich nervös geworden, als ich das abgeschickt hatte und dann einige Zeit lang hier nichts auftauchte. Und nach 5 Minuten tauchte dann aber tatsächlich hier meine Einlage auf. Und dann bin ich in dem Pool drin. Und dann verdiene ich über die Zeit Integral Tokens und auch da auch mal ganz wichtig zu sagen, wenn man also hier Integrals, das ist dieses ITGR, das findet sich dann auch wenn man hier auf MyPools geht, sieht man das hier. Und wie viel man jetzt schon hat, die kann man nicht harvesten, weil es eine Vesting Period gibt. Die liegen, die werden da einfach nur angezeigt und hier muss man einfach glauben, dass man die irgendwann bekommt. Und hier ist also dann die Zahl, die man quasi schon gut geschrieben bekommen hat und die ist sehr, sehr gering. Das ist also 0,001 oder so am Anfang. Und auch da bin ich sicher, wenn man also das bedenkt, dass es hier um solche preisvolle Richtungen geht, dann ist das nicht schlimm, weil dann hat man also 0,001 ist ja schon eine Menge Geld und 0,1 wären ja dann schon 7500 Dollar. Also das heißt, wenn die Zahl sehr gering ist, das gleicht sich durch diesen hohen Preis aus. Das ist also jetzt von meiner Seite erklärt, wie man hier reinkommt. Relativ simpel, wie man es umsetzt. Aber die Einzelheiten mit den Tokenomics, die fand ich jetzt wichtig auch zu erwähnen. Es ist noch eine andere Sache sehr wichtig, also bezüglich des Risikos der Investitionen. Es gibt ein paar Sachen, die mich persönlich etwas beunruhigen, die vielleicht in der nächsten Zeit gelöst werden. Und zwar, jedes einzelne für sich ist nicht besonders schlimm und nicht besonders erwähnenswert. Es ergibt sich aber irgendwo ein Gesamtbild. Und zwar folgendes. Zum einen, es gibt tatsächlich ein Audit. Unter Deep Dives Audit Reports. Der Audit ist von Certic. Mit dem Audit selber habe ich mich nicht beschäftigt. Ich habe mir den nur angeschaut. Denn warum habe ich mich damit nicht beschäftigt? Weil das Ganze in sehr viel Arbeit ausartet. Also hier ist sehr viel an Mathematik drin. Das ist sicherlich eine spannende Aufgabe, das nachzuvollziehen und herauszufinden, ob das hier schlüssig ist und was hier wirklich konkret kritisiert wird oder beziehungsweise entdeckt oder aufgedeckt wurde. Es ist aber sehr, sehr viel Arbeit und diese Zeit habe ich zurzeit nicht das nachzuvollziehen. Dann gibt es aber hier eine Summary und die Summary ist eigentlich schon wieder so ein bisschen beruhigend. Also man hat nur zwei Medium, also mittelschwere Probleme entdeckt, Vulnerabilities und mehrere kleine und dann gibt es noch ein paar Informational Sachen, die ja einfach nur so Anmerkungen sind, aber eigentlich keine echte Sicherheitsproblematik darstellen und es wird zum Beispiel nichts Critical und nichts Major und das ist schon mal ganz wichtig, wenn hier bei Critical was wäre, müsste man da natürlich auf jeden Fall die Finger von lassen. Der Audit ist schon was älter, das heißt es kann durchaus sein, dass diese Dinge schon adressiert sind, dass die Dinge schon weg sind und jetzt kommt der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist und zwar, wenn man jetzt mal nachgucken will, ob das der Fall ist, dann geht man ja zum GitHub, also quasi in das Code Repository. Das findet man hier auf der Seite. Rechts ist das GitHub-Icon, wenn ich da drauf klicke, komme ich nicht zum GitHub. Also das heißt, ich gucke nochmal hier, GitHub-Icon anklicken, kein GitHub. Ich habe auch auf GitHub selber mal ein bisschen gesucht nach Integral, es kommen 10.000 Projekte, weil dieser Name sehr geläufig, also sehr üblich ist, also Integral kann ja alles Mögliche sein und das heißt, ich habe echt überhaupt kein Projekt gefunden, das auf GitHub jetzt irgendwie diesem Ding hier entsprechen würde. Im Klartext, kein GitHub, man kann nicht in den Code reinschauen, zumindest nicht in den Code auf GitHub. Was man schon machen kann, ist, man kann sich die Smart Contracts auf der Blockchain angucken, das findet man hier irgendwo unter, ich glaube, Product. oder beim Token, müsst ihr mal suchen, es gibt die Möglichkeit diese Smart Contracts sich durchzulesen und dann kann man das also ein bisschen überprüfen, aber es gibt kein GitHub, schon mal ganz blöd. Dann, nächster Punkt, es gibt hier ein paar wissenschaftliche Artikel, die von diesem Professor Jay, der also dieses Projekt initiiert hat, das ist ein Pseudonym, angeblich für mehrere Personen, den gibt es also nicht wirklich, sondern das ist ein anonymer, ein Team, das sich personifiziert in einem Avatar, der heißt Professor Jay und Professor Jay hat ein paar wissenschaftliche Abhandlungen verfasst zu diesen Hintergründen, das ist also Professor Jay ist Jamie E. Young, also J-E-Y-J, ne, der hat ein paar Abhandlungen, Theorien, Hintergründe und so weiter, Beweise, mathematische Beweise verfasst, wie dieses Ganze funktioniert. Allerdings, das Blöde ist, das ist hier ein Notion Server und auf Notion wurden diese PDFs hier eingebettet über so ein Canvas, so nennt man das, das ist im Prinzip so ein kleiner Abschnitt und in dieser Abschnitt, der zeigt einem dieses PDF an, nur man hat keine Möglichkeit, dieses PDF hier runter zu laden, man hat keine Möglichkeit, diese PDFs hier quasi zu lesen, denn es ist sehr klein, also ich kann es nicht lesen, selbst mit meiner besten Brille nicht und wenn ich das vergrößere, es ist fürchterlich, also weil man hat hier tatsächlich eine Bilddatei, also das PDF wird umgerechnet in eine Bilddatei, in JPEG oder so, das bedeutet, beim Vergrößern wird alles total unscharf, man kann diese Dinger nicht lesen, es ist einfach nicht möglich und man kann sie auch nicht runterladen und es gibt auch keine andere Quelle, da wäre also auf jeden Fall mal eine Frage, Anfrage im Discord Channel fällig, wo kriegt man die Dinger her, falls man sich mal schlau machen möchte, wie stichhaltig eigentlich diese ganze Idee und diese ganze Argumentation ist. Das sind Dinge, die finde ich jetzt in einem Open Source Projekt absolut selbstverständlich, dass man einen offenen GitHub hat, dass man irgendwie White Papers offenlegt, dass die einfach zugänglich sind und lesbar sind, nachvollziehbar sind, das ist hier nicht der Fall. Ich hoffe, daran wird noch gearbeitet. Ich wollte nur darauf hinweisen, wir haben hier eine kleine, sagen wir mal Deckungslücke, was Transparenz angeht. Das muss nicht heißen, dass dieses Projekt Scam ist, ganz im Gegenteil, hier ist eine ganze Menge Arbeit eingeflossen. Es gibt hier auch einige Advisor, die auch sehr namhaft sind, also quasi Promis im Krypto- und im DeFi-Bereich. Entscheidend ist aber auch hier, habe ich keine Testimonials, keine Statements gefunden, die sagen, dass, also wo Robert Leschner zum Beispiel sagt, dieses Projekt, ich kenne die Leute, ich sage zwar nicht, wer das ist, aber ich kenne die und ich verbirge mich dafür oder sonst irgendwas, sind hier einfach nur gelistet als Advisors. Ich gehe davon aus, dass die auch Advisors sind, weil das wäre inzwischen Sicherheit schon aufgeflogen, wenn das fake wäre. Aber es gibt, soweit ich es gefunden habe, keine Testimonials von denen. Macht euch selber schlau, vielleicht findet ihr welche, falls ihr welche findet. Ich wäre super dankbar, wenn ihr das in die Beschreibung unten reinschreiben würdet und dass man also da nochmal nachschauen kann, ob das hier mit rechten Dingen zugeht. Als Investor muss man hier ein bisschen abwägen. Also das Ganze hat für mich einen durchaus plausiblen Anstrich. Es ist viel Geld reingeflossen. Es gibt irgendwie namhafte Unterstützer. Es gibt eine Menge an Hintergrundinformationen. Das Ganze, es gibt Smart Contracts, die also offen sind auf der Blockchain, die man auch lesen kann. Es ist sehr früh, die, dass man sehr früh einsteigen kann. Das bietet eine riesen Chance hier ganz, also sehr zeitig mitzumachen. Das muss man abwägen gegen diese Lücken, die ich jetzt hier auch so aufgeführt habe und die ich auch gezeigt habe. Und als Investor muss man also Chance gegen Risiko abwägen. Das ist ja sozusagen unser Tagesgeschäft. Und wir sind ja DeFi D-Gents und das heißt, wir lieben das Risiko. Aber wir kennen daher das Risiko auch ganz genau. Das Risiko ist quasi unsere zweite Heimat und die Danger Zone. Da fühlen wir uns richtig wohl. Das bedeutet, wir wissen, wenn wir es richtig machen, also wenn wir echte Investoren sind, wissen wir, wie wir mit solchen Themen umgehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch also viel Erfolg bei der Investition. Ich drücke die Daumen, dass alles gut geht und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch auf dem Laufenden haltet. Ich freue mich auch über ein Like und über ein Subscribe, denn jeden Sonntag um 11 Uhr mache ich Livestream. Wenn ihr Fragen habt, kommt rein, fragt. Ich versuche das zu beantworten. Jeden Sonntag ein neues Thema. Ich mache immer hier Deep Dive. Also das heißt, bei mir gibt es selten irgendwelche dünnen Inhalte. Ich gehe immer irgendwie ins Detail und hoffe, dass ihr das mögt. Wenn ihr das mögt, kommt in den Livestream. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank.